ich komme weiter in die Richtung das wo muss ich denn überhaupt genau wo ich weiß nicht wo ich genau rufen muss das ist vielleicht auch immer dieses Ding hier dieses kleine wenn du mich nicht siehst hast du Glück gehabt dann lass dich in Ruhe und ich bin hier auf anderen Seite offensichtlich möchtest du nicht nach rechts gehen ja jetzt nach rechts du musst an das Ding dran du fühlst mich doch veräppeln jetzt hier oder ja ich weiß ich möchte das ja gerne machen aber der feine Herr hier ja jetzt an das Ding dran ja dann geh ich halt erst wieder runter das Ding stimmt an dir jetzt aber hier hoch sag halt wirklich an dem kann ich nichts für muss ich so machen ja alles war da als nächstes hin und dann sind wir mit den Aussichtstürmen auch schon wieder fast durch das geht ja alles hier ruck zuck beziehungsweise es kommt mir zumindest so vor als wenn das alles umzugeht gehst du auch wieder raus bitte hallo ich komme hier raus ich möchte wieder raus hier hallo ja ich möchte nicht hier sein oh hier hi ja ich hab jetzt ausnahmsweise bin ich mal gnädig laufen weg gut ok Nummer 1 ich vergesse aber dass ich wieder looter das muss ich mir wieder angewöhnen Nummer 2 Nummer 2 ich würde euch echt nicht empfehlen das zu tun lasst es doch einfach es ist doch auch Quatsch Leute ja noch jemand also schlaft kommt gut an uns ich kann noch mehr hier ja 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 ich kann ja du hast nicht gut aufgepasst was ich mag den nicht wir haben jetzt noch du den ich nicht mag noch mal und das war's ignoriert die versammlung einfach die hier abgehalten wird von den schläfrigen Wachen die allesamt nur schlafen wollen so und die nächsten das hat spät die in diesem Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob du willst, dass deine Söhne so topfer sind wie ich, aber finde ich gut, dass du das machst, ja. Ich danke dir. So, dann würde ich sagen, guck mal, hier ist auch direkt das nächste, das ist der nächste Aussichtspunkt. Ich würde sagen, wir kommen echt schicke, ist das super. Ich bin doch noch gar nicht aus den Missionsdingern raus. Das wird viel zu schwer werden, ja, für euch. Für dich zumindest. Für dich offensichtlich auch. Ja, und du läufst weg. Und ich verschone dich dafür, dass du mir zeigst, dass du mich nicht angreifen möchtest. Oh, der war schon irgendwie. Das ist ja ein Tempelritter hier. Das war einer. Oh, eine Flagge. Die nehme ich natürlich auch gerne mit. Jetzt, sag, sag, warum schreit hier denn alle? Das ist doch jetzt hier wirklich, also... Ich meine, ich möchte ja jetzt nicht irgendwie das befürworten oder so, ne? Aber das ist so, als wenn die das noch nie gesehen hätten. Ich meine, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber... Das waren bestimmt so zwei, die ich gezeigt habe, wie man schläft. Also das war, ne? Also das ist ja jetzt nicht so viel. Aber das sieht man doch. Also... Ich finde auch, die sollten mich einfach nicht angreifen, wenn sie schlau wären, aber... Was erwarte ich denn, ne? Was erwarte ich denn? Den nächsten Aussichtspunkt... Oh, da auch nicht! Oder... Auch nicht... Da... Warum auch immer eher... Ja, ich bin vielleicht... Bisschen komisch losgesprungen. Das war aber gar nicht schlecht, weil so bin ich näher dran. Man könnte meinen, das wäre geplant gewesen. So ein Name! Die Musik ist nice. So. Und die sind ja auch einfach nur... die springen ja auch nur darunter. Da sind ja Matten und so. Die werden ja weich aufgefangen. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. In der Hoffnung, dass ich diesmal den Heuballen auch treffe. Und nicht einfach unten aufklatsche, so wie eben... Ich würde sagen, nehmen wir auch diesen Synchronisationspunkt dankend mit. Der uns die Karte enthüllt, die wir brauchen, um zu sehen, wo Bürger in Not sind. Und warum auch immer das auf einer allgemeinen Karte am Ende sein ist. Ist das ne Fahne? Ist das keine Fahne? Die glitzert nicht. Oh! Das wollte ich gar nicht. Ähm... Das wollte ich schon nicht. Das sind nur Gelerte. Dann nehmen wir doch mal diese wunderbaren Bürger noch mit. So. Ja. Diesmal habe ich auch getroffen. Was auf jeden Fall von Vorteil ist, würde ich behaupten, ja? Das war unklug! Das war unklug! Das war unklug! Ja, allerdings war es unklug, die Frau hier... Versuchen, zu... Ja, ich wollte tatsächlich in die Richtung. Aber nicht halt auf diese Art. Aber ich... Ich danke euch. Das ist nett. Da ist gar nichts passiert. Das ist... Das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich auf jeden Fall nicht. Ach, wir haben eben auch schon wieder einen neuen Synchronisationsabschnitt, einen neuen, ähm, mehr Leben bekommen. Das habe ich auch komplett gar nicht kommentiert, glaube ich. Aber ich habe wieder eine Leben mehr bekommen. Weil man immer für diese 15 Bonus-Sachen, wie zum Beispiel, ähm, Bürger retten und, ähm... Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Lass mich gehen. Bitte, Herr Kopf, ihr will. Stirb, Dieb. Nein, das ist nicht so. Ich habe mich seltsam. Warum tut ihr mir das an? Was hast du mir getan? Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Die mache ich jetzt mal wieder so kaputt. Es gibt ja verschiedene Taktiken. Oh, das ist noch einmal. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Ja. Dankeschön. Guck mal, ich habe alle wunderbaren Bürger gerettet schon hier im Nobelviertel. Äh, jetzt kommen noch die beiden Aussichtspunkte dazu. Und danach greifen wir uns auch schon die Missionen raus. Oh, ne, hier geht es lieber nicht hoch. Runter. Geh wieder runter. Geh wieder runter. Geh wieder runter. Du Satt. Spiel! Spiel! Ich bin kein Mörder. Ich bin ein... Kleiner Mörder. der Wünsche und das war ein bisschen hoch aber es hat noch geklappt das sieht eigentlich auch ganz schnicker aus hier muss man ja mal so sagen warum ist hier denn keiner ist das wie so ein antiker Sportplatz der immer leer ist nein Spaß alles gut keine Ahnung warum hier nichts ist hier ist für mich eine kleine Ruheoase eingerichtet worden finde ich gut jetzt nur die Frage wie komme ich nach oben in dieser Ruheoase ich muss ja irgendwie ich muss hier irgendwie nach oben kommen ganz offensichtlich ne hier ist auch niemand hier muss ich später irgendwann mal hin und ich laufe jetzt einfach schon durch einfach weil ich irgendwie hier reingekommen bin hier ist doch auch hier muss doch auch irgendwas sein oder also so als wenn hier jetzt einfach auch nichts ist hier ist nichts ne das ist ja unglaublich gut okay wenn hier natürlich nichts ist dann einmal bitte hier kannst du dich nicht daran festhalten okay dann hier aber so ihr habt ja nichts zu suchen geht hey wo bist du na gut ich geh schon wieder runter alles gut ja ich bin ja schon wieder fast unten alles gut ja geh jetzt nach ganz unten du ach ich müsste da irgendwie hinkommen komm ich da hin ha ja so nicht ha ne ich spiel ich möchte dich nicht schließen danke ja du sollst da auch hochgehen ähm spiel warum reiketa spiel jetzt nicht mehr so ah komm danke ja hier ist safe später nochmal was im spiel ich bin einfach nur viel zu früh hier weil ich hier eigentlich gar nicht hin soll aber jetzt kannst du hier bitte auch hochgehen der weg war anstrengend genug und ich kann synchronisieren spiel was spiel was spiel was like du schließt nicht dann funktioniere ich ja nicht ja ich will es ja nicht schließen ich will ja dass es funktioniert warum sollte ich denn dann dass es geschlossen wird nein ich möchte ja nicht dass es geschlossen wird alles super spiel spiel ich bin auf deiner seite spiel also meistens ihr habt mich auch nicht besser lassen boah spiel 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 ich bin ja echt geduldig mit denen aber ich weiß nicht ob ich das äh weiter mitmachen das auf Dauer so weiter geht hier mit denen ich bin ich bin ja eigentlich nicht aber danke ich möchte nicht da vorlaufen spiel 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 Nein, auch keine kleine Spende. Ja, dann gehe ich halt hier hoch. Alles super. Es ist vollkommen umgeht, wenn ihr nicht wollt, dass ich da durchgehe. Oh, ungläubiger! Okay, da geht es nicht hoch. Ja, aber... So, weiter geht's nach oben. Auf den letzten Aussichtspunkt. Ich wollte gerade sagen, geh bitte erst in die Mitte, bevor der Dich eingreift, ey. Damit haben wir den letzten Aussichtspunkt im Nobelfiertel von Namaskus. Auch in die nicht. Wir haben alle Bürger gerettet. Ähm, und das heißt nichts anderes, als dass wir jetzt mit den wunderbaren, wunderbaren Missionen anfangen. Die uns sicherlich... ...weiterführen werden. Wir haben auch schon wieder 7 von 15, damit wir ein Leben mehr bekommen. Das ist auch gut. Ähm... Und wir haben noch eine Flagge gefunden. Die mögen das wahrscheinlich nicht, wenn ich da durchlaufe, ne? Alles klar. Die mir sehen, wie aber es ist, weil wir sehen. Sagen, dass ich mich nicht sehen möchte.